Hallo und Willkommen zu Dark Orbit und ich habe die Menschheit genommen, also das, was in der, die Firma, die in der Mitte war, habe ich genommen, weil das für mich eigentlich auch am Ordens liegt, am Ordens, so, den putzen wir weg mit einer Rakete, den auch. Rakete, auch erledigt, jetzt müssen wir den Phönix retten, ja, aber das ist ja auch nur das Tutorial, so, das hier, dann werden wir jetzt repariert, danach müssen wir die Sachen hier sammeln, was hiermit. Ach, den Fehler mache ich immer wieder, ich muss etwas warten, so. Na, jetzt brauchen wir, warum repariert der mich denn noch? Ja, jetzt habe ich die Ressourcen eingesammelt. Gute Arbeit, Space Pilot, vernichtete unsere Feinde aus den Orbit, so kommst du an Ressourcen und Geld. Das Zerstören von Gegnern erhöht deine Erfahrung und deine Ruhmpunkte und das Verschaffen dir Zugang zu neuen Galaxien auf der Karte. Als Begleiter deine Verbündeten und deinem Beschäftigten Raumschiff zur Raumschützung, damit er dort Schiff reparieren kann. Danke für dein, leider habe ich meine Fracht verloren, nicht weit von hier liegen drei Prometheum, zwei Indrium und ein Tebrium. Das hier, das hier, das hier und das hier. Okay, jetzt hier lang. Ich zeige das an der Karte, an der Mindmap, Minimap. Komischerweise ist es eher schneller als ich, wo wir die beiden gleich ein Flugzeug haben, das gleiche Flugzeug. So, kenne ich schon, ich muss jetzt hier abdrücken. So, jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich auf der Raumstation. Also, erstmal Handeln. Ich verkaufe die Sachen jetzt, wir brauchen nämlich Geld. Und nochmal drauf drücken, jetzt verschwindet dieser Pfeil, hoffentlich gut. Jump. Komm. Hä? Ja, verkaufe an der Station. Die erste Schritte, ich schließe das Tutorial ab. Ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt muss ich hier, das hier kommt weg, das hier kommt auch weg. Hier, ich mache jetzt das hier, Einstellungen, Display, ja. Qualität, Grafikqualität hoch, fortgeschrittener Modus, sichern, so. Jetzt müsste ich ein neues Flugzeug bekommen, wenn mich nicht alles wundert. Hä? Weil sonst haben wir immer so, sichern, ach, dann fehlt da noch irgendwo was. So. Ja, jetzt haben wir ein neues Flugzeug. Na ja, ich gucke manchmal, wie lange die Aufnahme schon läuft. Können wir nicht angreifen. Crest, haben wir im Moment Crest. Na, falsche Taste. Hier. Nein. Jetzt muss ich hier drauf drücken, damit wir hier gelangen. Crest. Alle anfangen. So geht's folgenden ersten Sammel. Erst acht, weil ich mache jetzt den Navigator. Annehmen. Weil ich habe diese Erfahrung. Ja. Der Navigator. Jetzt suche ich solche Koordinaten 14, 71. Das ist, glaube ich, hier irgendwo. Oder mache ich das falsch herum? Ich vermute nämlich hier. Ja, was ist denn hier irgendwo? Damit das sinkt und das muss steigen. Warte mal, wenn ich hier runter mache, wozu? Okay, dann ist hier irgendwo. Hier muss es unrichtig sein. Ich habe die Tutorial, ich habe das ja auch schon mal gemacht. Sehr viele Aufgaben. Ich könnte euch ja beim Puff, aber anderen Folgen, könnte ich auch das euch dann zeigen, was ich dann auf dem anderen schon mal geschafft habe. Manche Aufgaben sind noch so doof, da musst du Rohstoffe einsammeln. Hier von das Blaue davon, das ist so selten, wenn du das hier mal siehst. da musst du davon 30 einsammeln. Das sind voll viele. Ja. Aber ich bin schon so weit. Wie ich jetzt gerade merke. Und schon höher. Hier. Hier. Ja, zur Seite. Wie viel? 71, okay. Oh, Mist. Hä, wo bin ich jetzt? Hier. Nein, keine 72. Da wird es größer, also mehr nach oben. 71, und jetzt mehr nach hier. Da konnte ich das besser zielen, deshalb. 20, 15, 14. Erste Aufgabe, jetzt müssen wir 14 und 39, dann müssten wir mehr nach unten. Oder, nee, mehr nach oben. Und wenn das jetzt so weit ist, ist das eigentlich egal. Weil, also, wenn wir diese Koordinate... Oh, haben wir schon erreicht. 107, das ist dann hier unten. Habe ich nämlich schon, ich weiß das noch. Ich werde pro Part, äh, 10 Minuten, 15 Minuten machen. Also, muss euch nicht wohnen, wenn es zu lange dauert. 107, Mist, das ist mit WDR. Ich weiß, hier sind die Koordinaten. Das steigt, das singt. Mit 7, ist schon zu weit hier. Mist, zu weit. Ja, jetzt müssen wir nur noch die 71 hier erreichen. Das müsste dann hier oben sein, oder? Nee, es singt. Also fahre ich jetzt bis hier unten runter. Okay, dann haben wir noch Zeit. Ja, Crest abgeschlossen. Jetzt haben wir erstmal ein paar Bonisse bekommen. Nachher, ich kann mir auch noch gleich, wenn wir hier ein Crest machen, kaufe ich mir noch ein paar Kanonen. Damit wir zwei Kanonen haben, statt einen, sind wir nämlich gegen die Streuner. Aber ich tue jetzt ein paar davon fertig machen. Einen. Weil wir schießen ja im Moment nur einen Schuss. Ja, und dann können wir nämlich zwei Schüsse machen. Das ist nämlich sehr gut für den Anfang, weil du sehr oft kämpfen musst. Ach, eine Rakete. Boah, hätte ich die Anna jetzt auch abgeschossen, wäre ich mit der 4. Kannst du, glaube ich, da ein bisschen öfters Schüsse machen. So. Da habe ich jetzt auch nochmal viel erreicht. Jetzt gehe ich nach da hinten. So, sehr viele Rohstoffe, die brauche ich aber für den Anfang nicht. Obwohl, sag mal, stopp. Dann gehe ich jetzt wieder hier auf Crest. So. Der Navigator, habe ich doch jetzt annehmen. Kacke. Alle anfangen. Ich mache jetzt erstmal auf Handel, weil da sind die Sachen billiger. Dafür musst du aber von den seltenen Sachen sehr ausgehen. Aber von der Kohle spare ich für ein Schiff, deshalb. Ja, 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 ja. Wo sind hier die Pistolen? Hier. Sehr starke Laser durchschlägt. 100 Euro. Das ist gut, das kaufe ich mir dann. Habe ich wohl nicht mehr viel. Jetzt muss ich hier auf... Ja, dafür muss ich jetzt hier... Ich muss natürlich gleich nochmal... Solange das ist. So, jetzt müssen wir zum Hangar. So, Hangar. Hangar-Ausrüstung. An bei einem habe ich ja so verzweifelt gewesen, weil ich nicht bemerkt habe, dass man einem danach so ein anderes Schiff hat, weil... Ja. Welche davon ist jetzt das Gute? Welche wäre... Ich weiß, weil ich auch ein bisschen schade finde, dass man hier keine Treibpistolen hat, dann hat man immer nur noch. Jetzt kommt hier hin. Kann ich für 32.000 verkaufen? Jetzt würde ich jetzt mal gucken, wie das ist mit dem rumzuschießen und sowas. Ja, ich habe jetzt mal das Schiff. Flugzeug. Schließen, wo brauche ich nicht mehr wissen. Dann wird es aber nochmal angezeigt. Wann kommen Gegner? Wie man sieht... Zwei Schüsse. Hier. Nein, 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 nein. Das ist meiner. Das ist meiner. Mann. Gemeiner Typ. Runter, runter. Ich gehe schon mal auf die zwei Knöpfchen. Runter, 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 runter. Oha, das sind viele Gegner. Oh Mann, er nimmt mir immer meine Gegner weg. Hier, irgendwer. Guck hier, zwei Schüsse. Äh, 250. Krass, oder? Ja. Für den Level-Miner. Ja. Ganz schön gut. Rakete, bam, weg. Oh Mann. Jetzt aber unnötig eigentlich, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Hier, nein. Wieso kommt er mir immer? Ich könnte eigentlich mit einer Rakete anfangen, aber ich habe ja nicht ewig Munition. Bam, ist weg mit dir. Jetzt sind noch kaum Gegner da, hier. Bam, Sakete für den Anfang und weg schon. Ah, hier Krieg. Tod. Oder K.O. kann man auch sagen. Tod hört sich irgendwie doof an. Ja, was gibt's Neues? Ah, da gibt's Neues. Hier. Oh cool, was haben wir geschafft? Lack. Okay. Unnötig. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Oh, und danach sage ich tschö, Leute. kille. Danke, Leute. ach